Was ist los? Hat irgendwas mit dem Programm zu tun? Wenn dem so ist, dann geht durch das Terminal und löst das Problem zusammen mit Tron. Okay, also müssen wir doch zu Tron. Dieses Programm ist mit Sicherheit sehr gefährlich. Um gegen es zu kämpfen, sollten wir die Feinddaten sammeln und seine Mobilität einzuschränken. Was? Äh, was? Sollten wir die Feinddaten sammeln und seinen Hund da raus? Hä? Ich bin dezent überfordert gerade. Feinddaten sammeln? Mhm. Okay. Micky! In der ganzen Stadt... Was? Die ganze Stadt beben? Zora, was geht da drum vor? Ja, was weiß ich. Wir müssen uns mal an, was in der Stadt abgeht. Wobei, will ich das? Finde ich diesen Weg? Jedenmals wieder hierher zurück? Wir müssen uns bei allen im Tron finden. Notizen oder was? Das sind Notizen über die Dunkelheit. Portrait von Ansem. Hier hat jemand dort in Darkness hingekritzelt. Das sind Notizen über die menschlichen Herzlosen. Meine Fresse. Eine Verbindung zwischen den Welten. Oh. Hier ist es über die Allerwelten. Okay. Ich habe keine Ahnung. Das ist doch noch eine Tür. Tür ist ein spezielles System ver... Oh. Okay. Ich kann hier nichts machen. Ich muss zu Tronnen die Welt. Es geht gar nicht anders. Na gut. Na gut. Was ist das denn für ein Drecksviech? Du hast mich enttäuscht, Programm. Warum machst du gemeinsame Sache mit diesen egoistischen Usern? Weil ich ihnen helfen will. Irgendetwas in meinem Code befiehlt mir, das Richtige zu tun. Wirklich? Und was ist das für ein Befehl? Das weiß ich nicht so genau. Freunde helfen einander eben. So einfach ist das. Vorsicht! Das könnte schmerzhaft enden. Dezent schmerzhaft. Verrückt! Öööö! Draht! Verrückt! 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 Okay, wie auch immer das funktioniert Muss blocken Alter Falter Aber ich hab das Pflaster gleich voll Was auch immer das da oben heißen mag Programmstart Zugriff erfolgen Wow Das kann ja noch ewig dauern Man, 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 man Okay, runter von der Seite Ähm, was tut der da? Was tut der da? Oh Gott Aber ich hab ihn gleich wieder Gar nicht so einfach Was man denkt Was man denkt Was muss man da hinzu und rin kommen? Komm, nimm ihn wieder vom Ritz Oh Ich sammel einfach die Dinger ein Ich sammel einfach die Dinger ein Oh, ich seh nix Alter Was ist das denn? Was ist das denn? Vom Netz nimm du kleine Sackwatte Oh Gott Oh Gott Das darf nicht wahr sein, so kurz vor Ende Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Hoffentlich klappt das, ey Hoffentlich klappt das Ich bin genau unter den Kugeln Ja, das hat geklappt Ja, das hat geklappt Ja, das hat geklappt Na bitte Uiuiui, das hätte aber auch schief gehen können Das hätte aber auch böse schief gehen können Ja, das hätte ich gesagt haben Ja, das hätte ichמעst Ja, ich weiß nicht